Herzlich willkommen zurück zu Journey to the Savage Planet mit dem Dreifachsprung und go rubei. Moin. Moin, moin. Wir müssen jetzt nochmal Lebenproben entnehmen, Nefjörg. Was isst du da? Äh, After Eight. Ist sogar nach acht. Hm. Lebenproben entnehmen? Ein After Eight. Bei wem? Bei einem Kap... Jena? Jelly Raft? Warte, Jelly Raft sind die Schleim... die Tintenfische, oder? Und ein infizierter Mobsvogel. So, warte, 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 warte. Jelly Raft, minderwertig, Prime oder Wit... äh, Prime. Minderwertig oder Prime? Ist, glaube ich, egal. Steht nur Jelly Raft. Okay, das sind die grünen Tintenfische, die rumfliegen. Und ein was? Dann ein Kap... Jena? Das sind die Viecher, die uns vorhin angegriffen haben mit den zwei Schwänzen. Und ein infizierter Mobsvogel. Das sind die Zombievögel in dem einen Ding. Äh, wo waren denn die Kapieners? Weiß ich gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Äh, hochgeklettert über die Pilze. Ah, ich weiß wieder. Sollen wir dann die Quest jetzt machen, oder sollen wir eine andere Quest machen? Können wir machen. Das schaltet uns mal Stuff frei, ne? Hm. Dann müssen wir... Das sind halt... Weiß ich nicht, das sind halt die Experimente, die wissenschaftlichen Experimente, die wir machen müssen. Ja. Dann müssen wir zu den... Pilzen, glaube ich, war das, ne? Ich gehe mal zu den Pilzen. Abgebrochen. Äh. Pilze. Warte mal. Das war, weil ich aus dem Menü rausgegangen bin und Escape gedrückt habe. Das waren die Pilze... Ja, der Pilzweg nach oben, da waren die Viecher. Die haben uns dann angegriffen. Oh Gott. Oh Gott. Äh, die Pilze waren das, genau. Wie kamen wir da hoch? Warte, hier gibt's doch... Da ist ein Jelly-Dings. Genau, dann mach den schon mal. Tja. Auf was war das? Auf Kuh? Wie näher ich mir den? Äh, in der Nähe, cool. Also, das Ding piepst, wenn in der Nähe... Ah, da hast du fertig. Ja, steht da. Hat gepiept. Und wo bist du jetzt? Auf den Pilzen. Bin auf dem Weg nach oben. Dann muss ich auch auf die Pilze. Mit dem Dreifachsprung extrem easy. Mit dem Dreifachsprung ist das, ja. Schon ziemlich einfach. Schon sehr geil, eigentlich. Supergeil. So, äh, soll ich alleine runter springen und das eben holen? Dann brauchst du nicht noch runter. Äh, ja, kannst du machen. Wir müssen danach die infizierten Dinge holen. Und jetzt infizierte Mobsvögel. Wo immer die waren. Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass man auch von unten da rein konnte? Ich kriege halt den normalen Weg und nicht über die Pilze. Ich schieße auf dich nicht. Bitte nicht. Wie sehr haben die infizierten Mobsvögel da? Die waren... Ach, in dieser Höhle waren die. Weißt du? Jetzt frag mich nur nicht, wo diese scheiß Höhle war. Ich kriege die gar nicht angezeigt. Ich glaube, die waren auf dem anderen Ding. In der anderen Welt waren die. Haben wir die nicht gescannt? Doch. Ich hab die gescannt. Ganz unten war der. Ich hab die hier nicht drin. Der ist, glaube ich, nicht bei Raubtiere. Der ist bei den anderen. Ja, ich hab Mobsvogel Alpha, Mobsvogel Höhle, Schnee, Tal, Königlich. Warte. Bin mir grad nicht sicher, ob die mich angreifen. Nein, okay. Äh. J. Kindex. Kreaturen. Beute. Nee, war doch nicht bei Beute. Raubtier. Infizierter Mobsvogel. Das ist ein Raubtier. Ja. Aha. Ach da, ja. Die waren in dieser Höhle. Wo war die Höhle? Welche Höhle dann? Ich weiß nicht, welche Höhle ich meine, ne? Ja, aber im Landeplatz irgendwo, wa? War... Ist das hier in den... War das in der Welt oder in der anderen? Dann ist das hier beim Treibgut, wa? Kann das sein? Ach, wir sind hier in der anderen Welt bei Pilze. Hab ich vergessen. Das sieht so aus wie die andere hier, deswegen dachte ich. Sind die hier? Nee, hier sind die, äh, äh, die, 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 die Bernstein-Dinger. Es war in der Höhle. Wo sind wir lang gegangen? Sind wir nach rechts gegangen oder... Nee. Hier sind wir, glaub ich, nicht weitergegangen, oder? Noch, wir sind hier rübergegangen und dann nach links. Da waren die oder was? Ich weiß es nicht. Ich geh... Ich geh mal hin. Da sind auch Magnetschienen. Da können wir auf jeden Fall rüber. Äh. Andererseits. Guck mal da. Siehst du die Magnetschiene? Sollen wir es mal riskieren? Mal gucken, wie das funktionieren. Oh Gott! Ist das weird. Wui! Mega weird. Das Kraftstofftank markiert. Den holt er jetzt ab. Ja. Kann man ja mal machen, nicht mehr. Hab ich dich getroffen? Ja. Ich hab fast das ENF-E getrunken. Aber so, ey. Das war echt Sinn. Das war echt so way back. Ich war einfach so, patsch. Mh, warte mal. Du musst das Skipper nicht töten. Skipper! Ah, da unten ist noch eine Alien-Legierung. Siehst du ihn? Die ist sogar offen. Ja. Auf jeden Fall jetzt unser... Aber wir haben die Magneten. Das ist auch sehr gut. Ja, das ist so angenehm. Wir sind hier reingegangen, ne? Das kann sein, dass die das... Ja, das ist die. Ich erinnere mich. Ja, genau. Hier sind die. Ja. Müsste direkt unten einer sein, oder? Ja. Ja. Ja, machen wir. Dann brauchen wir gar nicht tief reingehen. Nice. Stell raus. Und dann holen wir jetzt noch die Alien-Legierung. Das sind andere, wenn ich mal gehen. Zur Alien-Legierung, ja. Genau. Ist das hier runter einfach? Ist das nicht hier hoch? Nee, hier runter. Ich hoffe, das Ding scannt mich nicht und explodiert alles hier. Wo ist der Haken? Ah, es ist zugegangen. Es ist zugegangen. Wir müssen wahrscheinlich oben, warte mal, das Vieh kaputt machen. Aber wie komme ich denn da jetzt hoch? Also ich war gerade oben. Hier ist ein Haken. Kommt man den von... Hat es mich gesehen? Nee. Das hat mich gesehen. Na, Mensch. Frage ist nur, wie sieht es einen denn nicht? Spuck nochmal. Ich glaube, wenn du nah dran gehst, wird das eh sich nicht mehr öffnen. Nee. Wir müssen aus einer bestimmten Range raus jetzt. Wo bist du? Bin hinter dem. Wir können das aber recht haben. Dass wir aus einer Range raus müssen hier. Spuckt immer noch. Ich gehe weiter. Das kann fast nicht richtig sein. Jetzt ist er wieder offen. Gut. Warte, jetzt erstmal gucken, wie er sich dreht. Er geht im Uhrzeigersinn im Kreis. Eigentlich machbar. Er hat dich gesehen. Wie ist das denn machbar? Wo kann ich mich denn hier verstecken? Meine Frage. Hier hinten ist halt schwierig, sich zu verstecken. Ich kann auch nicht so schnell laufen, oder? Kann ich mich im Gras verstecken hier? Oh, das kann ich nicht. Das wäre geil. Er spuckt immer nur. Ich glaube, er muss einmal wieder raus aus dem Gebiet. Jetzt ist er wieder offen. So, warte. Jetzt dreht er sich wieder im Uhrzeigersinn. Ich hänge hier fest. Zack, zack. Also das hier ist zu weit weg, oder was? Fuck, 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 fuck. Das hier ist zu weit weg. Explodiert er? Nee. Okay. 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 Oh, scheiße. Au, das ist blöd. Einmal Backpfeifen. Jawohl, das ist nochmal. Er bewegt sich im Unzeigersinn. Mein Gott, spuckt der weit. Du musst da ganz weg. Hier auf den Stein geht er auch nicht, oder was? Nee. Okay, warte. Ach, shit, hier geht er auch nicht. Das ist ja eigentlich. Ich glaube, ich habe eine gute Pose. Warte. Er ist jetzt halt wieder da. Ja. Ich muss jetzt nur schnell da rüber. Warte. Nein. Wieso? Ach, mein Sprung war nicht geladen. Fuck. Ah, verhungert auf mich. Ja, aber der Sprung war noch nicht voll. Ich bin so schnell losgesprungen. Das ist eigentlich, Nevi. Das ist eigentlich. Das war mega. Wissen wir mal, wie es ist? Das ist eigentlich. Oh, warte. Ich bin nur runtergefallen, weil ich habe was gefunden. Warte. Hier. So. Nur deswegen bin ich runtergefallen. Hust. Ach, Mensch. Ich habe das gesehen und dachte mir so, fürs Team. Du bist ja ein guter. Ich weiß, ich weiß. Ich bin der Geilste. Hat er mich gesehen? Ich komme ja nicht mehr hoch. Scheiße. Warum hältst du dich nicht fest? Wie vorhin? Mein Gott. Im Gras kann man sich doch verstecken. Ah, dann macht das. Ducken, oder was? Ja. Ja. Ich bin nur Matsch. Ich bin nur Matsch. Das war, äh, am Ende des Tages dann doch okay aufregend, tatsächlich. Ich hasse die Dinger. Dinger sind echt nervig. Da oben ist ein... Ein One-Up liegen sie, aber da kommen wir noch nicht hin. Da kommen wir noch nicht hin. Ach doch, warte mal. Ah, nee, das ist die Zombie-Höhle. Das ist so ein Slider-Ding. Slider-Ding. Ah, da, ja. Ist hier noch irgendwo ein Slider-Ding? Da müssen wir durch die ganze Höhle durch, wa? Und dann Slider. Man kommt in der Höhle hoch. Ja, sag ich ja. Durch die ganze Höhle hoch. Let's go. Let's go, wa? Er haut sich hier die After-Aids rein. Hört ihr das? Hm. Er schmatzt hier. Tushka gerade hat zwei reingebracht. Die müssen gegessen werden, Nevi. Die müssen weg. Wenn der sonst schlecht. Nach acht. Kannst ja morgen früh, kannste nicht hin. Er ist dann auch nach acht, aber morgens. Geht da nicht. Oh, Nevi! Geh weg da! Ich hab da noch den Punkt gesucht. Entspann dich. Ich sag, du sollst doch weggehen. Unsere Hängepunkte sind aber nicht mehr da, glaube ich, die wir da mal hingemacht haben. Ah, warte mal. Ich glaube, ich sehe aber... ...die Höhle, wo wir hinwollen. Da, warte. Da. Ach, da. Müssen wir von da oben irgendwie runterspringen, drüber springen. Ah, warte mal. Äh, Greifpunkt. Warte. Haken, 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 Haken. Da. Also schon. Hm. Schade. Wo war die Höhle da? Tadaa. Und? Hier ist ein grüner Schleim. Oh, nein. Wir wissen bis heute nicht, wie wir die killen sollen. Oh, der krabbelt nicht. Der macht gar nichts. Macht er. Das wär's jetzt gewesen. Der überlebt alles. Okay. Das ist ja blöd. Dachte, hier wäre die Höhle. Ich hab auch gedacht. Ja, wir können weiter hoch und dann von oben gucken, ob wir da hinkommen. Na, das können wir natürlich machen. Warte. Einen Greifsamen hab ich noch. Oh, vier. Hä, da hing doch schon einer dran. Jetzt bist du dran. Da? Nee. Doch, das ist der, den du da hingeworfen hattest vorhin. Nein. Da war keiner bei mir eben. Achso, jetzt sind wir hier. Wir müssen auf die andere Seite. Da drüben hin? Ach. Ja, warte. Komm mit. Da waren wir doch vorhin. Oh, die Hände. Das ist da, wo wir die Schienen von oben gesehen haben, weißt du? Ah, wo wir sagten, da kommen wir noch nicht rüber. Ja. Ja. So, warte mal. Schiene. Da ist sie. Die wir von oben gesehen haben. Oh, Gott. Warte. Ah, hier ist ein Level-Ding. Also die Schiene musst du nicht nehmen, hier ist so ein Level-Ding nur. Eigentlich gemacht. Okay. Witzig. Just for the launch. So, und jetzt kommen wir zu dem anderen Level-Ding. Da drüben auf die andere Seite. Unter dem Ding ist das, siehst du? Unter dir ist das jetzt. Mhm. Wie komme ich da hin, ist die Frage. Einfach fallen. Öh. Kann so nicht richtig sein. Doch. Schmierst du dir ins Gesicht nehmen. Böse die auch immer werden. Ich mag, wenn das Geräusch kommt. Toot. Toot. So. Hier gibt's Leben-Bohnen. Leben-Bohnen, Bruder. Ja, dann lass nochmal zurück. Nochmal zu Japan. Es ging momentan öfter zu Japan zurück, weil wir Fortschritt machen wie sonst was. Heute die, die Aufnahme-Session, wo wir am meisten Fortschritt gemacht haben. Ja. Wollen wir endlich mal gezielt Quests machen. Erstmal hier hingehen. Hier waren wir. Was? Was? Das ist ein Pump. Schrein? Gibt's hier irgendwo ein Upgrade? Wie gibt's erstmal Gegner? Bist du überhaupt hier? Ich bin hinter dir auf der Insel. Ach so. Ja, hier ist so ein Ding, was voller Schleim ist, irgendwie. Da waren wir schon drüben, ne? Hier waren wir noch nicht. Na, ja, nee, da nicht. Ach, das ist die Pumpe, die da gerade gesagt hat. Okay. Das ist kein Schleim, das ist Bernstein. Das musst du mit Säure wegmachen. Ach ja, stimmt. Hier vorne ist Säure. Ja, hier vorne ist Bernstein. Das ist aber wie Explosiv, ne? Also das musst du schnell wegwerfen. Pumpe ist frei. Ah, die Pumpe ist frei. Sehr gut. Weiß nicht, was das soll, aber Pumpe ist frei. Oh. Na Mensch. Pumpe ist frei. Die pumpt. Und die ist mit dem Schrein verbunden. Hier drüben ist noch mehr Ranhäng-Ding. Ja, oder? Ah ja. Wie ist das denn jetzt hingekriegt? Ich habe Säure draufgeworfen. Das hat bei mir eben nicht funktioniert. Die Ausdauer jetzt. Was pumpt der denn jetzt? Weiß er nicht. Öl, nicht wirklich schwarzes Gold. Nee, Texas-Tee. Nicht im Gericht. Äh. Wo ist der Schrein? Ich bin jetzt einfach mal hier rüber gesprungen. Ah, da, ich sehe dich. Okay, ich habe gerade gekocht, wo du bist. Kann man hier hochgehen oder auf die andere Seite hoch? Da links ist hoch, ja. Oder hier rüber. Achso. Nee, dann da, wo du gehst. Da, wo der andere... Hier, wo ich gehe? Ja, genau. Weil, ich glaube, der andere Weg war zurück zum Spawn von der Map. Lass er schreien. Achso. Ach, da. Startbooster-Schrein. Ja, das ist die Pumpe. Also, dieser Juicer ist immer noch... Der Beste. Eins meiner Highlights in dem Spiel. Das Geräusch ist halt... Und du trittst diese Vogel da rein und dann nur... Und der Vogel... Und dann wird er richtig schön ausgesogen. Der guckt da auch noch so raus. Das ist aber auch echt gemein, dass die da so reingesogen werden, dass die da nochmal rausgucken können. Dass sie dir noch in die Augen gucken. Du Mörder. Ich glaube, hier drüben müssen wir weiter... Ah, der Schrein, der verwirrt mich. Das ist irgendwas mit Flüssigkeit und der Pumpe. Müssen wir mehr Pumpen vielleicht finden? Okay. Oh mein Gott! Wie bist du denn jetzt... Bist du hier hoch? Oder war... Ich bin rübergedockst. Hier ist auch noch eine Pumpe. Nein, 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 nein. Oh Gott! Das... Oh Gott... Ich glaube, ich habe das... Ich weiß nicht, ob ich das gleiche gemacht habe wie du, aber es war knapp. Aber du bist hier, oder was? Ich bin fast runtergefallen und habe dann aus der Tiefe noch den Haken hochgeworfen. Das ist tatsächlich nicht das, was ich gemacht habe. Hast du die Pumpe getraut? Ich habe das andere geworfen. Ich war auf den anderen Bernstein da hinten geworfen. Ja. Ah! Ah! Level. Ah! Ah! Hier auf den Bernstein habe ich geworfen. Ich bin auf den anderen da. Getroffen? Nein. Doch. Ach doch. Also so viele leben, wie wir hier mittlerweile finden. Ist doch geil. Was ist das? Einfach nur, damit man von hier werfen kann? Ja, wahrscheinlich. Das Giller brauchen wir müssen. Ich vermute, dass es irgendwo noch eine dritte gibt. Da lang. Eine dritte Pumpe? Sollen wir hier lang? Ja. Ja, ich würde sagen, die ist hier hinten. Jawoll. Okay, Schrein ist aktiv. Okay, Schrein ist aktiv. Schrein ist jetzt aktiviert. Hier oben gibst du nicht. Einmal nochmal hier den Bernstein kaputt machen. Ja, bin dabei. Zwei Bernsteine sind hier. Äh! Geworfen. Ah, zu kurz. Nee, den hinteren habe ich geworfen. Ach so, doch. Da sind tatsächlich nur Vögel mit Bernstein im Kopf rausgekommen. Oh, kann passieren. Die sind aggressiv, die... Ja, die sind leider aggressiv, wenn das passiert. Da. Hier ist Gonex. Gornets. Das ist aber... Das war es aber, ne? Möchtest du nicht. Das ist Gamm, ey. Auf zum Schrein. Auf zum Schrein. Nein, die Viecher sind eh... Ja. Hier kommen, glaube ich. Geh mal dahin. Die müsste eigentlich direkt runtergehen und dann zum Schrein links. Ja, hier links. Mist. Boah, Dreifachsprung. So gut. Ich habe einen Vogel angegriffen. Geil, Öl. Öl. Erstmal eine Probe. Himm vom Öl. Erstmal eine Ölprobe. Nee, weh. Texas Gold. Texas Tee. Noch höher springen, Goro. Jawohl. Jetzt aber zur Javelin. Wir haben so viel Spaß. Jetzt ist... Jetzt zur Javelin. Jetzt runterfallen. Ist die oben zur Javelin? Ich suche gerade den Weg zurück. Hä? Die sind von hier gekommen. Das weiß ich. Aber... Ich bin hier auf dem richtigen Weg. Ah, da. Ich habe da richtig einen Weg. Zack. Jetzt erst bei der Javelin ist. Dann sterbe ich jetzt. Zeitdruck. Ja, du hattest den richtigen Weg. Ich habe noch mein Grog-Vorrat. Hier ist das. Unterwegs geholt. Ich dachte gerade, oh, was ist das für eine Höhle? Aber da waren wir schon drin. Javelin-Habited. No. Javelin-Habited. Also, ist gekauft. Dann ist das andere auch noch gekauft mit dem Level-Ding. Das Level-Ding? Den Scanner. Nice. Jetzt will ich gucken. Warte. Ist wieder eine halbe Stunde lang? Mein Gott, das geht viel schneller, wenn man so... Wenn man Quests macht. Wo gehst du raus? Einfach hier ins... Da, wo wir gerade hergekommen sind, in das Gewinn. Halte alt gedrückt, um zu laden. Lass los, um zu aktivieren. Ach du großer Gott. Entgeil. Aber du kannst dann nicht mehr springen, oder? Nee. Ah, du verbrauchst den Jump-Boost dafür. Aber wenn du nur die Hälfte machst... Ah, das muss aber ein guter Time. Aber gut, wenn wir dann unseren Jump... ...noch einen vierten haben... Gibt es nicht, glaube ich, einen vierten. Klar, einen vierten gibt es noch. Einen dritten. Aber jetzt können wir an den Stellen hoch, wo diese Dinger sind. Weißt du, diese Platten, wo draufsteht... Mit dem Sprung. Alter, du kommst nicht hoch damit. Was ist denn das Rucksack? Es gibt tatsächlich noch hier einen Vierfach-Sprung. Das ist ja nice. Und dann gibt es wohl auch einen Fünffach-Sprung. Ach, da, ja. Vierfach. Geh ich mal von oben. Da müssen wir wissenschaftliche Experimente für abschließen. Ist ja das, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Ja. Vielleicht. Boah, du bist zwei Kreaturen mit der Säure eines sterbenden Prime-Jelly-Worfts. Ist klar. Gut. Machen wir nicht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Auch da ist mal rein. Tschüss. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.